Heute Abend stehen wir unter einem neuen Himmel. Nach 150 Jahren des Hinausrufens schenkt uns das Schweigen des Universums die Gewissheit, dass kein außerirdisches Leben existiert. Wir sind allein. Sie und ich gehören zu den Ersten, die Leben auf die Sterne bringen. Auf diesen Planeten. Den entferntesten, den je ein Mensch betreten hat. Zu Hause sind einige Leute der Auffassung unserer Anwesenheit, sei nur ein Statussymbol. Andere wiederum halten uns für Glücksritter oder sagen, wir laufen davon. Schon. Aber ich weiß, dass unser Vertrauen uns hierher geführt hat. Vertrauen aufeinander. Auf eine bessere Welt. Der Treibstoff, der uns hergebracht hat, mag verbrannt sein. Aber die Kraft unseres Glaubens an uns selbst, aneinander, an die Zukunft, bleibt bestehen. Wird sich niemals verbrauchen. Wird sich niemals verbrauchen. Janakinawlzer! IKAT Na, komm, was, was ist denn? Schon gut, Buzz. Ist nur ein Meteoritenschauer. Mayday, Mayday, wieder Rauch, Kolonie Vesta. Wiederhole, Rauch, Kolonie Vesta. Die werden von unterkalten Flughafen angegriffen. Viele von uns sind bereits tot. Der Minus 40 Sekunden bis zum Start. Druckausgleich in Sauerstofffax stabil. Fertig zum Start. Over. Verstanden. Ende. Telos, hier Bodenkontrolle. Starterlaubnis erteilt. Ihr Bordcomputer übernimmt Steuerung. Over. Verstanden. Ende. Telos, alles bereit zum Autosequenzstarten. Ab. Verstanden. Telos, Ende. Noch 20 Sekunden bis zum Start. Außenstromaggregate reinschalten. Eingeschaltet. Außenstromaggregate laufen. Telos, Ende. T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Countdown-Stop bei T-3 Sekunden. Telos, Sie sind startklar. Simulierter Probestart abgeschlossen. Countdown zurück auf 9 Stunden, 15 Minuten, 12 Sekunden. Telos, Sie sind startklar. Achtung, Telos Crew. Finden Sie sich bis spätestens 22.45 zur letzten medizinischen Voruntersuchung ein. So glatt ist es bei Vesta nie gelaufen. Sie haben immer noch Probleme. Heute Morgen haben wir den Funkkontakt mit Vesta verloren. Ach, wenn mich ein Probestart schon so aufkratzt, brauche ich keine Rakete. Der letzte Countdown. Ich weiß. Die meisten wissen nicht, ob ihre Träume jemals Wirklichkeit werden. Unsere wird sich in genau 9 Stunden und 2 Minuten erfüllen. Achtung an alle Passagiere. Offrey, West, Selina, Brown, Lynn, González, Payen, Lally, Meneses und Gathari, werdet sich umgehend im Büro von Governor Obermeyer. Das heißt, wir haben keine Ahnung, was wir noch für genug erfahren haben. Nach vorne! Ach, ein buch! Keßen Sie bei uns! Überprüft ihn. Ich wusste, dass er ein Tank ist. Für sowas habe ich eine Nase. Ich habe dem Vorarbeiter gesagt, er soll ihn nicht einstellen. Er soll aufstehen. Zwei Onkels von mir sind im Krieg gefallen, nur weil die Tanks nicht kämpfen wollten. Die Einheiten für In Vitros wurden aufgelöst, als ich noch ein Kind war. Ich hatte nichts damit zu tun. Dann ist dein Leben noch wertloser. Ich habe nie darum gebeten. Na toll. Dann wirst du es jetzt tun. Na los, tu es. Sag es schon. Ich werde nicht mehr가지 DNA happen. Oh! Hey, ruts up and back! Sie müssen mir helfen. Hey, was soll denn das werden? Steig aus! Komm sofort raus! Er hat sie nicht alle, der ist ein Tank. Was haben sie getan? Na los, steigen Sie aus! Sie provozieren ihn! Fallen lassen! Der Kerl hat versucht, mich aufzuhängen! Fallen lassen, habe ich gesagt. Diese verdammten In-Vitros sind doch alle gleich. In-Vitros? Nenn das Kind doch beim Namen! Er ist ein Tank! Zuerst heißt es sofort melden und dann müssen wir zwei Stunden warten. Die anderen mussten nicht warten. Guten Tag, Sir. Die Startsimulation lief perfekt. Wir starten doch, oder? Wie Sie wissen, gibt es eine starke Bewegung für die Rechte der In-Vitros. die in künstlichen Befruchtungsanlagen herangezüchtet wurden. Sir? Wir haben allen Grund, die In-Vitros zu unterstützen. Es sind Menschen wie wir, Sir. Bloß, dass Ihre Eltern nie gelebt haben. Darin unterscheiden wir uns. Gestern Abend erhielten die Organisatoren der Mission eine neue Direktive vom Senat der Vereinigten Staaten. Das ganze Vorhaben ist gestorben. Es sei denn, zehn In-Vitros gehen mit an Bord. Angesichts der strengen Begrenzungen, was Gewichte, Versorgung und... Soll das heißen, dass wir nicht mitpflegen? Ich bedeuere zutiefst, Ihnen mitteilen zu müssen, dass einer von Ihnen nicht an Bord sein wird. Was? Einer von uns? Neun Siedler wurden bereits entlassen. Verschieben Sie die Mission! Wir müssen in sechs Stunden starten. Die berechnete Wohnlochpassage nach Tedros öffnet sich erst wieder in zwölf Jahren. Die sind doch gar nicht vorbereitet. Schicken Sie sie auf die nächste Kolonie! Und es gibt Abgeordnete, die müssen jetzt gleich gut dastehen. Wir werden beide verzichten. Sie haben lebensnotwendige Aufgaben, auf dieser Mission zu erfüllen. Für die niemand sonst qualifiziert ist, die aber auch einer allein ausführen kann. Ganz zu schweigen von den schweren juristischen Konsequenzen, die ein Vertragsbruch für Sie hätte. Außerdem kenne ich Sie beide. Die Raumfahrt ist ein Traum von Ihnen. Es war nicht unser Traum, ohne den anderen zu gehen. Ich habe die neuen Richtlinien selbst kritisiert und habe mit allen Mitteln dagegen gekämpft. Ich will nicht anordnen, wer von Ihnen mitfliegt. Die Entscheidung ist Ihnen überlassen. Es gibt eine Alternative für einen von Ihnen. Es wird nämlich darüber nachgedacht, eine Raumfliegerstaffel des Marine Corps zum Schutz der Kolonien abzustellen. Sie erwarten, dass wir unser Leben von dieser winzigen Chance abhängig machen? Wir haben alles getan, was verlangt wurde. Wir haben die Regeln befolgt. Für dieses Programm haben wir alles gegeben, was wir hatten. Diese In-Vitro sind nicht vorbereitet. Diese Senatoren haben sich nicht aufgeopfert. Warum sollen wir für Fehler bezahlen, die die gemacht haben, bevor wir geboren wurden? Wie können Sie uns alles zunichte machen? Wir haben an Sie geglaubt! Das Einzige, was Ihnen jetzt noch bleibt, ist Ihr Glaube aneinander. Bitte treffen Sie Ihre Entscheidung bis spätestens 21.30 Uhr. Bis zumutet. Bis zumutet. Das war's. Sie kommen! Die Lichter! Shane, pass auf sie auf. Ich hab's ja mal erklärt, weißt du noch? Da sind sie! Sie sind da! Los, beeilt euch! Ich... ich hab euch nie. Ich hab's ja mal erklärt, ich hab's ja mal erklärt. Die anderen verabschieden sich von ihren Familien. Dass wir uns auch auf Wiedersehen sagen müssen, hätte ich nicht gedacht. Dann laufen wir eben weg. Und wie soll es dann weitergehen? Damit brechen wir den Vertrag. Uns würde nie wieder jemand einstellen. Wir haben uns mit Haut und Haaren diesem Kolonisierungsprogramm verschrieben. Und haben die vielleicht fortgehalten? Das Programm war alles, woran ich geglaubt habe. Und jetzt hat sich alles zerschlagen. Du warst immer für die Gleichberechtigung der In Vitros. Nein, nicht auf Kosten unserer Rechte. Wir haben uns qualifiziert, wir haben uns aufgeopfert, wir haben geträumt. Du und ich. Vielleicht müssen wir einen neuen Traum finden. Ich will nicht, dass wir uns in unserer letzten gemeinsamen Stunde völlig hilflos fühlen. Wir sollten irgendwie versuchen, Herr der Lage zu werden. Noch zwei Stunden und fünf Minuten bis zum Start. Beginnen Sie mit den Vorbereitungen zur finalen Phase. In Sektor 14, Vorsicht bei den Laderarbeiten. Hydro-Kulturen verlagen uns gesichert. So, das hätten wir erst mal. Das Personal hält in sich spätestens bis 20.15 bei der zuständigen Ordnungsperson ab. Das Personal, räumen Sie die Startrampel. Föten Personal, räumen Sie die Startrampel. Hardware Interface in Betrieb. Passagiere, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Wiederhole. Passagiere, bitte Plätze einnehmen. Mission Control, Antellus. Noch 45 Minuten bis zum Start. Wiederhole. 45 Minuten bis zum Start. Mission Commander, hier ist HP Commander. Wir haben hier eine abnorme CO2-Konzentration auf Ebene 22. Hieraus. Einmaler. Wir haben hier viele viele Ihrsteine. Wir haben hier ein報kern. Wir machen diese Stimmen. Wir haben hierher 2-Konzentration. Wir haben hier ein Ingresel. Einmaler. Wir haben hier einen Binnen und die Staubsort. Es gibt hier einen Binnen und die Stimmen. Dave, ihr könntest du sagen. Wir haben ihn! Nathan! Nein, Kylin. Du musst allein fliegen. Das habe ich geschrieben. Lies es vor der Landung. Ich gehe nicht ohne dich! Ich werde dich finden! Kommen Sie, es hat kein Treck. Ich werde dich finden! Kommen Sie! Nathan! Ich glaube ganz fest an dich. Kommen Sie aufstehen! Kommen Sie aufstehen! Kommen Sie auf! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nichtswürdigen Schmarotz an erstklassige US Marine Corps Raumpiloten zu machen Euren Feinden werden sich beim bloßen Gedanken an euch vor lauter Angst die Eingeweide zusammenziehen Und wieso sind Sie hier? Sir, ich suche nach dem rechten Weg, Sir Soll das heißen, Sie haben sich verirrt? Ich, ähm, ich leide unter Mangel der Orientierung Beantworten Sie meine Frage Sir, jawohl, Sir Wie eine Straßenkarte sehe ich doch wohl nicht aus, oder? Sir, nein, Sir Ich bin aber eine Straßenkarte Ich werde führen und ihr werdet folgen Ich werde lehren und ihr werdet lernen Wenn ihr aus der Akademie entlassen werdet Seid ihr todbringende Waffen Wild entschlossen und nur mit einem Ziel Ihr brennt darauf als stahlharte Präzisionsraketen Die endlosen Weiten des Alls zu durchqueren Und den Himmel zu erobern Wie lautet Ihr Name? Wang, Paul Wang, Officer Officer, Sie halten mich für ein Officer? Ich verdiene mein Geld mit ehrlicher Arbeit Höre ich da nicht einen Laut von Ihnen, Wang? Oh doch, ich höre einen Laut von Ihnen Ich wette, es war der Schlachtruf des Marienkorps Zeigen Sie mir, wie sich das anhört Nein, das hat mich noch nicht überzeugt Sarcens, Sie werden diesem Herzchen jetzt den Schlachtruf des Marienkorps vormachen Das ist immer noch zum Heulen Draußen im Weltraum hört euer Geschrei niemand Es sei denn, es ist der offizielle Schlachtruf der United States Marines Wieso sind Sie meinem geliebten Marienkorps beigetreten? Sir, um mein Land zu verteidigen, Sir Um Ihr Land wogegen zu verteidigen? Wir haben hier keine Feinde, sind Sie noch ganz dicht? Ich glaube, Sie haben einen Riesenfehler gemacht Sir, nein, Sir Soll das heißen, ich bin ein Lügner? Sir, die beste Maßnahme zur Sicherung des Friedens ist eine gute Verteidigung, Sir Sind Sie Politikerin? Kandidieren Sie vielleicht für irgendein Amt? Habe ich etwas komisches gesagt? Sir, nein, Sir Finden Sie mich belustigen? Sir, nein, Sir Auf den Boden, 25 Liegestütze Was denn? Sie amüsieren sich ja außerordentlich gut bei uns, das freut mich Sie auch, auf den Boden, 25 Eins, zwei, drei, vier, fünf Ich liebe das Marine Corps Sergeant, vortreten Haben sich jetzt all diese Würmer vollständig hier eingefunden? Einer fehlt noch, Sergeant Major Der Tank Cooper Hawks Er gehört Ihnen Ich weiß alles über Sie, Hawks Der Richter hielt es wohl für eine besonders gute Idee, einen Tank zum Militär zu verdonnern Im Krieg gegen die künstlichen Intelligenzen habe ich Seite an Seite mit euch gekämpft Ich weiß also, dass ihr Tanks stinkfaul seid Andere Menschen gehen euch völlig am Arsch vorbei Euch ist alles gleich Ich werde Sie nicht enttäuschen Das ist ja reißend und jetzt können Sie Ihren Arsch in die Waagerechte begeben und 50 Liegestützen abreißen, haben wir uns verstanden? Drei, vier, fünf und vor, ich liebe das Marine Corps Drei, vier, fünf und vor, ich liebe das Marine Corps Transstellus-Operation berechnet Fertig machen zum Eintritt In fünf Milliarden Jahren, vielleicht auf den Tag genau, verbrennt die Sonne 90% ihres Wasserstoffs Das Gleichgewicht ist zerstört, es wird mehr Energie erzeugt als freigesetzt Dann geht es schnell Binnen weniger Millionen Jahre strahlt die Sonne ihre gesamte Wärme ab Das Gestirn schwillt an Merkur, Venus, die Erde verschwinden Werden verschluckt Zuletzt berührt die Sonne dann wirklich das Firmament Das Leben ist bereits seit Ionen verschwunden Irgendwann schließlich schrumpft die Sonne auf die Größe der Erde, die sich nun aus der Umklammerung des Roten Balls zu lösen beginnt Losgelöst von der Schwerkraft schwebt die Erde langsam davon Währenddessen werden neue Sterne geboren Andere Galaxien, ältere, größere, existieren weiter Das Sonnensystem vergeht so schnell, wie es entstanden ist Aber wenn es sein muss Das ist ein Schwerkraft schwebt WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Jetzt machen wir das Ganze nochmal und wir wiederholen die Übung genauso lange, bis ihr es könnt. Bewegt euren Arsch ins Cockpit. Na los, Bewegung! Ich könnte das Marine Corps ja zu Falkenröcker übernehmen. Ja, genau. Falkenröcker. Weißt du, was ich glaube? Ja, ja. Gleich vom ersten Tag an richtige Flugzeug. Das wäre doch sinnvoll, oder? Was meinst du? Seltsam war nicht anders. Ja, das hast du recht. Okay, hier ist mein Einzug. Abgemacht? Ein Bier. Auf Kosten des Hauses für einen Angry Angel. Shane, willst du noch ein Bier? Seht mal, wer da ist. Die Angry Angels. Das sind die Angry Angels. Hi. Okay, wir gehen ja schon. Ihr könnt euch setzen. Na, wer sagt's denn? Was wollen wir trinken? Shane, es wäre vielleicht besser, dass gar nicht auf deinen Tod nicht ausschäden. Das habe ich ihm auch gesagt. Ja, genau. Entschuldigt bitte. Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich wollte eigentlich nur loswerden. Wie sehr ich das 127. bewundere. Danke. Tausend Dank. Wir hätten gerne vier Krüge Helles und zwei Beschleuniger. Sie ist keine Kellnerin. Sie ist eine Marine. Also entschuldigen Sie sich. Sie ist in der Ausbildung. Sie ist abschauen. Und jetzt wirst du dich entschuldigen. Sag mal, was war die weiteste Strecke, die ihr geflogen seid? 4,8 Lichtjahre. So lange kannst du auf deine Entschuldigung warten. Wir unterbrechen unser Programm für eine Sonderansprache des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, Spencer Treckler. Noch nie seit seiner Entstehung unterlag unser Universum solch umfassenden und dramatischen Veränderungen wie heute. Ruhe, Leute! Hört doch mal zu! Zum ersten Mal in der kurzen Geschichte der Menschheit leben wir heute auf einem vereinten Planet. Gestern Abend haben wir erfahren müssen, dass die Landungsmannschaft der Kolonie Tellos ohne Veranlassung angegriffen wurde. Und zwar von einer außerirdischen Lebensform, die über eine gewaltige Macht verfügt. 225 sind tot. 25 werden noch vermisst. Aufgrund der zerstörten Funkverbindungen haben wir erst jetzt erfahren, dass die Raumkolonie Vesta dasselbe Schicksal erlitten hat. Die außerirdische Zivilisation hat trotz unserer Versuche Kontakt aufzunehmen nicht reagiert. Von dieser Lebensform wissen wir nichts. Der einzige Anhaltspunkt, der uns bleibt, ist das Blutvergießen, das Sie angerichtet haben. Liebe Mitbürger auf diesem Planeten, wo immer Sie mir gerade zuhören, ob unter der Wärme der Sonne oder in der Kälte der Nacht, Sturmwolken eines neuen Krieges ziehen sich über uns zusammen. Schon bald kann ein gewaltiges Gewitter über uns hereinbrechen. Wir müssen dieser Sintflut gemeinsam entgegentreten. Ein Rückzug kommt unmöglich in Frage. Denn bewegen können wir die Erde nicht. Bitte lassen Sie diesen Kanal eingeschaltet. Es folgen weitere Informationen der Regierung. Sie sehen FTN. Ich glaube ganz fest an dich. In Ordnung. Hände vom Arsch und angetreten. Wir befinden uns im Krieg. Hurra! Der Krieg ist ein Geschenk für die Marines. Und von heute an ist jeder weitere Schritt entscheidend. Jeder Marine ist wichtig. Während gefechtsbereite Piloten in die Schlacht abkommandiert werden, wird ihre Einheit nun einer Übungsmission zugewiesen, die allerdings für die globale Kriegsführung von entscheidender Bedeutung sein wird. Eine militärische Raumfähre bringt Sie auf die Raumstation Gaddert. Auf Gaddert gehen Sie an Bord eines Intersolaren Mannschaftstransporters und begeben sich für 84 Stunden auf den Planeten Mars. Jeder von Ihnen erhält einen rationierten Vorrat an Lebensmitteln, Luft und Wasser für eine Woche. Jeder von Ihnen erhält eine Vorrichtung zum Sammeln von Urin und Fäkalien. Ein gelbes Licht in Ihrem Raumanzug signalisiert, dass die Aufnahmekapazität erschöpft ist. Ihr Auftrag ist die Reparatur einer defekten Aufklärungssonde, die für die interplanetarische Kommunikation unentbehrlich ist. Als Bestandteil Ihrer Ausbildung wird Ihnen kein befehlshabender Offizier zugeteilt. Sie sind völlig auf sich allein gestellt. Von diesem Augenblick an, bis wir den Krieg gewonnen haben, gibt es keinen Tag, der so leicht ist wie der, der hinter uns liegt. Es heißt, Sie hätten eine Armee von 6 Millionen. Das können Sie nicht wissen. Woher sollen Sie das wissen? Meinst du, Sie haben bessere Flieger als wir? Die sind bestimmt besser ausgerüstet. Irgendwie habe ich gewusst, dass wir nicht allein sind. Aber jetzt weiß ich nicht, wovor ich mehr Angst habe. Vor dem Alleinsein? Kriegst du Angst, wenn du einen siehst? Was meinst du? Als Kind habe ich das erste Mal Herrn Silikanten gesehen. Er sah aus wie ein Mensch. Aber ich habe es irgendwie gespürt. So war es, als ich meinem ersten In-Vitro begegnet bin. Das war nicht persönlich gemeint, Cooper. Haut euch hin. Wir müssen alle fit sein. Wenn es irgendwann so weit ist. Ja, genau. Er hat recht. Lass uns schlafen. Alles okay? Mhm. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich sagte, hast du schon mal einen Freund verloren und nicht, bitte steck deine Zunge in meinen Hals Ich weiß nicht viel über Verlust und Albträume Also lass mich damit in Frieden Ich werde sowieso nicht mehr allzu lang hier sein Okay Oh 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 Wow Oh 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 Sie haben ja erst mit dem Terraforming angefangen. Die Sonne ist etwa vier Kilometer von hier. Was sollen wir tun? In Ordnung. Nehmt euch die Geräte. Wir gehen los. Hey, Coop. Ich kann alleine aufstehen. Bestimmt, aber eine helfende Hand kann nie schaden. Und hier ist eine. Passiert nicht oft, dass jemand die Hand nach mir ausstreckt. Wenn das ein Dankeschön sein soll, keine Ursache. Irgendwann tust du was für mich. Dem Fuß wechselt die Decoder-Einheit aus. Dann gehen wir zurück. Wir haben noch etwa zehn Stunden Tageslicht. Was ist das? Die Botschaft von der Erde. Es ist Vorschrift, dass alle Sonden im Weltall eine davon haben müssen. Sie enthält Bilder und Töne von der Erde für den Fall, dass ein Außerirdischer sie findet. Mozart! Wenn nur das unser erster Kontakt mit Ihnen gewesen wäre, dann hätten Sie die Siedler nicht getötet. Was ist das? Mach das aus! Wenn Sie das zuerst gehört hätten, wären wir schon vor Ewigkeiten ausgelöscht worden. Und ich könnte es Ihnen nicht verdenken. Hey! Was ist das für ein Kram? Das kenne ich. Aus der Schule, Geschichte des 20. Jahrhunderts. Den Adlas Rock'n'Roll. Ich glaube, die Gruppe da hieß The Pink Floyd. Die hörten sich so an. Hey! Oh! Let's go! Hey! Oh! Let's go! Hey! Oh! Let's go! Hey! Oh! Seht mal! Was denn? Beheilung, Beheilung! Komm, beeil dich! Ich komme ja schon! Hey, pass auf! 1.000, 2.000, 3.000. Hier auf dem Mars, etwa 10 Meilen von hier. Gehen wir? In Ordnung, wir gehen zusammen. Jeder trägt seine Wasserration und die M590. Los, gehen wir! Bis bald, Ferng. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Hast du's? Ja. Könnte ein Orbiter sein. Möglicherweise ist das ein Aufklärungsschiff. Hat sicher was mit dem Krieg zu tun. Demfus, Kata, ich selbst, Stone, Pex und West. Die anderen verteilen sich und geben uns Feuerschutz. Soll ich mitkommen? Nein. Du wartest hier, für den Fall, dass was passiert. Wir gehen los! Ja. Strahlungsintensität? Äh, ich würde sagen, wir bleiben nicht zu lange. Vorsicht! Vorsicht! Ich kann nichts sehen. Ich auch nicht. Was zum Teufel ist das? Ich sehe jedenfalls kein Cockpit oder sowas. Keinerlei Elektronik. Ah! Was ist denn da vorne los? Alles klar, Pex? Los, weg hier! Achtung! Achtung! Schneller, schneller, schneller! Gebt uns alle Schutz! Los! Weg hier, weg hier! Sieht eure Sorgen! Ach, du Scheiße! Such den Schmuck, jemand Pex! Gebt uns alle die, schneller! Los! Ah! Shane! Nein! Zieht euch zurück! Bars und ich geben euch Feuerschutz! Schon kommt, bewegt euch! Los, über die linke Flanke! In Ordnung, West, ich hab euch! Alles in Ordnung! Wie geht's, Venson? Luftdruck stabilisiert sich. Lowe hat übernommen. Pex ist tot. Alles in Ordnung, Venson? Ja. Danke. Westhofer Leingang! Verdammt, ist der wahnsinnig geworden! Ihr drei kommt mit mir! Die anderen warten hier! Los, Leute, wir gehen mit Benzburg. Na dann los! West! Ich sehe ihn nicht! Da ist er! Stone, Carter, hier drüben! Stone, er ist da drüben! Sieht aus, als würde er sich ergeben. Es denkt, wir werden es töten. Von dem Gestank wird mir schlecht. Nicht nach Späten. Es muss ein Scout sein. Es war auf dem Weg zur Erde und hat dir den Schleudersitz betätigt. Hat wahrscheinlich ein Notsignal gesendet. Das heißt, es kommen noch mehr. Irgendwie müssen wir rausfinden, was es will. Nein! Es könnte irgendein Virus in sich tragen. Ich hatte zwar nie eine Mutter, aber du hörst dich genauso an. Sieht aus wie ein Schlüssel, um das Ding zu starten. Ja, so wie eine kodierte Information. Was ist das? Was hat das Ding mit ihm zu tun? Ist es das? So was ähnliches wie ein Familienfoto. Meint ihr nicht, wir sollten ihm was zu essen oder zu trinken geben? Es möchte Wasser. Genau. Vielleicht haben wir in dem Punkt was gemeinsam. Okay, wir geben ihm Wasser. Seid ihr übergeschnappt oder was? Unsere Vorräte gehen zur Neige. Wir haben noch 30% Sauerstoff und ihr wollt Wasser an dieses Vieh verschwenden? Nein! Ausgeschlossen! Dieses Ding hat Pelz getötet! Und wer weiß, wen es sonst noch... Ich gebe ihm jetzt Wasser. Zeigen wir ihm doch, wie sich Menschen verhalten. Fedor. Geh! Lehm! Geh! 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 Oh nein. Oh Mann. Oh nein. Mir will das nicht in den Kopf. Es hatte eine solche Angst vor uns, dass es sich selbst getötet hat. Wir sind der Feind. Das ist das erste Mal, dass ich einen Toten sehe. Wird nicht das letzte Mal sein. Das ist das erste Mal. 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 Heute sind Ihnen Ihre SA-43 transatmosphärischen Angriffsjäger zugewiesen worden. Ihre nächste Anweisung lautet, 48 Stunden Urlaub zu nehmen. Sir, wir wollen kämpfen, Sir. Sir, wieso wurden wir im Schnellverfahren ausgebildet, wenn wir gar nicht gebraucht werden? Sir. Hören Sie zu. Außer Ihrer Entdeckung von vergangener Woche haben wir nichts. Wir haben nicht die geringste Ahnung, was noch vor uns liegt. Wir wissen im Grunde gar nichts über unseren Feind. Truppenstärke, Waffen, Taktik. Aus diesem Grunde müssen wir in jeder Schlacht dieses Krieges empfindliche Niederlagen hinnehmen. Sie kommen früh genug an die Front. Ich gebe Ihnen ein Rat. Gehen Sie nach Hause. Zu Ihren Familien. Sie sehen sie vielleicht nie wieder. Sie können wegtreten. Fährst du zu deinen Schwestern? Ich glaube nicht, dass die mich sehen wollen. Ich weiß auch nicht, ob meine Eltern mich sehen wollen. Ich habe ihnen nie erzählt, dass ich ins Chor gehe. Sicher wollen sie dich sehen. Willst du dabei sein? Ich nehme Ihnen mal den Ladedruckrindler vor. In so einen komme ich wohl nie. Unter den Tello-Siedlern waren noch 10 von uns Tanks. Ein Grund mehr, diese Aliens zu fürchten. Ich habe nicht vor, für die zu sterben. Wofür würden sie sterben? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Nathan? Mom, Dad, Nathan ist da! Nathan! Johnny! Kommt rein! Nathan! Mom, Dad, meine Kameradin, Shane Vanson. Freut mich, Mr. und Mrs. West. Das Essen ist so gut wie fertig. Ich wollte dir ein Stück Maßgestein schenken, aber sie haben es eingezogen. Kommt mit ins Haus. Hey, Neil. Hey! Shane, das ist mein Bruder, Neil. Hallo. Hallo. Sie sagen im Fernsehen, es kommt bald wieder zu neuen Gefechten. Ich befinde mich hier im Hauptquartier des UN-Sonderkommandos in Wendenburg, Kalifornien. Soeben ist hier die Nachricht eingetroffen... Es heißt, die Außerirdischen bestehen aus einem unbekannten Metall, das sie unverwundbar macht. Sie untersuchen das Alien, das wir mitgebracht haben, doch erst. Das sind bloß Gerüchte. Kylens Bruder hat uns erzählt, dass... Es sieht nicht so aus, als ob wir gewinnen können. Keine Sorge, diesmal besiegen wir sie. Woher weißt du das? Diesmal bekommen sie es mit dem 127. zu tun, die Angry Angels. Ich sag euch, die werden sie rausbomben bis zur Andromeda. ...zu beobachten, und zwar in der nördlichen Hemisphäre, etwa 50 Grad über dem südöstlichen Horizont. Das ist nicht so aus, als ob wir gewinnen können. Und jetzt, wo ich hier bin, weiß ich es immer noch nicht. Andererseits lassen sie bei solchen Gelegenheiten ja doch keinem was sagen. Eigentlich wollte ich dir nur sagen... ...du hast mich als einziger wie ein Mensch behandelt. Ich wünschte du, du könntest irgendwie... ...verstehen, was ich jetzt fühle. Im Moment kannst du es wohl nicht. Wahrscheinlich nicht. Wenn ich nur wüsste, was im Augenblick in dir vorgeht. Ich dachte, sowas macht mir nichts aus. Aber dich dann da oben zu sehen... ...das ganze... ...Blut... ...ich, äh... ...wenn ich doch nur wüsste, ob es das alles wert ist. Die Streitkräfte der Erde melden starke Verluste. Wie hier auf der USS Yorktown, wo das 127. Luftgeschwader... ...die sogenannten Angry Angels im Gefecht mit dem Feind... ...auf heftigen Widerstand stoßen. Es raucht, überall fliegen die Funken. Man hört, wie im Buch des Trägerschiffs... ...das Metall hinter der Belastung nachgeht. Es ist vorbei. Achtung, an alle Piloten des Marine Corps Luftgeschwader. Bitte melden Sie sich umgehend bei Ihrem Stützpunkt zum Dienst. Wiederhole, Marine Corps Piloten melden sich bis 0630 bei Ihren Stützpunkten... ...zum sofortigen Kampfeinsatz. … Nathan! Unsere Einsatzbefehle sind da. Weißt du, wo wir hin sollen? Danfus hat gesagt, wir kommen an die vorderste Linie. Da bringen Sie die Angels! Das 127. Norden, laden! Normal, das 11, 0. Achola! Sie dürfen sich setzen. Die Informationen, die Sie jetzt erhalten werden, sind Geheimstufe Rot. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, welche Konsequenzen eine Preisgabe solcher Informationen hätte. 58. Wir verdanken Ihnen einen wichtigen Durchbruch. Sie haben uns erstmals weitergebracht. Auf Ihrer Mission haben Sie das Wrack eines feindlichen Aufklärungsschiffes sichergestellt. Es enthielt eine kodierte Übertragung, die die Kriegsziele der feindlichen Militärs bis ins Detail offenlegt. Folglich sind sämtliche Manöver des Feindes vorhersehbar geworden. Aus Furcht, dass die Angaben bewusst gefälscht sein könnten, behielten wir diese Trumpfkarte noch in der Hinterhand. Jetzt ist die Zeit gekommen. Die Erde befindet sich hier. Der Feind plant einen schweren Angriff unter Aufbietung von zwei Dritteln seiner Streitkräfte auf die Groombridge-Raumstation im 34. Sternensystem in 71 Stunden. Nennen wir dies nun Punkt G. Die Streitkräfte der Erde, die wohl größte Mobilisierung militärischer Macht seit dem 20. Jahrhundert, werden von zwei Punkten aus einen Überraschungsangriff auf die feindlichen Stellungen fliegen. Von Punkt F hier und Punkt H hier. Die Marines werden sich mit ihrem achten Luftgeschwader daran beteiligen. Dies wird ermöglicht aufgrund der von uns erwarteten Öffnung eines Wurmlochs inmitten der Galileo-Region. Aus den dekodierten Informationen haben wir folgende Erkenntnisse gewonnen. Ihre Kampfflieger sind schneller und uns im Steilflug überlegen. Unsere sind manövrierfähiger und besser bewaffnet. Das gleicht sich aus. Die Überraschung war bisher ihre beste Waffe. Und jetzt ist es unsere. Das klingt zu leicht, Sir. Wenn die Pläne nicht manipuliert sind, dann gehen die doch sicher davon aus, dass wir sie längst gefunden haben. Ihre Nachrichtendienste haben Sie zweifellos so informiert, dass wir nicht imstande sind, die Daten zu entziffern. In der Tat waren nicht weniger als 50 hochentwickelte Übersetzungskomputer in interkontinentaler Vernetzung zur Dekodierung der äußerst komplexen Sprache erforderlich. Außerdem steht Ihre bisherige Vorgehensweise im völligen Einklang mit den gefundenen Plänen. Sir, fliegen wir zum Punkt F oder H, Sir. Das 58. wird sich als Verstärkungskommando am Punkt A bereithalten. Punkt A? Hier. Linke hintere Flanke. Sir, warum erklären Sie uns den Plan, wenn wir gar nicht teilnehmen sollen? Sie nehmen daran teil. An der linken hinteren Flanke. Sir, ich bitte um Versetzung ins 8. Luftgeschwader. Verweigert. Sir, bei allem Respekt, aber wir haben das Recht uns an allen... Hinsetzen, Lieutenant! Das 58. meldet sich beim Trägerraumschiff Saratoga. Sie fliegen durch die Jupiter-Stellungen und sind morgen 0840 dort. An Bord treffen Sie Ihren Geschwader-Kommandanten. Sie können gehen. Sie können gehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Gold 1, bitte, Positionsbestätigung für Saratoga bei 32,937. Gold 1, bitte, kommt, bestätigen Sie. Augenblick? Ich hab hier ein leichtes Störsignal. Irgendwas hat mein Radar gestört. Muss ein Asteroid gewesen sein. Aufklärungsschiffe der Spion, Gold 1, bestätigen. Bestätige Flugobjekt. Ich hab ihn auch. Feindliches Objekt Hart 10. Wir gehen auf einen Winkel von 30 Grad. Blauer Schwarm, weißer Schwarm. Wir scheren aus. Jetzt! Zwölf Uhr! Achtung! Er ist zu schnell! Feuer! Feuer! Er ist weg! Er muss an seinen Schirm stören. Abgetaucht wie ein Fischer in der Angel. Gehen wir doch angeln. Negativ. Nicht genug Treibstoff. Wir nehmen wieder Kurs auf Saratoga. Ich werde dem Space Commander den Feindkontakt über Funk melden. Aufkloppen geschlossen. Aufkloppen rauskommen. Woche zur Startrampe öffnen. Hey, hey! Was geht hier vor? Sieht ganz schön hektisch aus. Hey, hey! Was geht hier vor? Sieht ganz schön hektisch aus. Achtung! 5-8 sofort zur Einsatzbesprechung. Der Commander hat Ihre Meldung über den feindlichen Speer überprüft. Unsere Funkteleskope haben keinerlei Truppenbewegungen am Punkt G ausmachen können. Stattdessen sammeln sich Ihre Streitkräfte gleich hier in unserem Sonnensystem. Die Geheimpläne waren eine Falle. Zu diesem Zeitpunkt können wir auch ohne die Pläne erkennen, welche Richtung Sie einschlagen. Zu diesem Zeitpunkt können wir auch ohne die Pläne erkennen, welche Richtung Sie einschlagen. Achtung! 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 Setzen Sie sich! Setzen Sie sich! B chapttop Ich will in Ihre Augen sehen können Mut, Ehre, Engagement und Aufopferung. Diese Worte haben Sie gehört und genau deswegen sind Sie hier. Jetzt ist nur noch ein einziges Wort übrig, das für Sie zählt und das heißt Leben. Ihr eigenes, das Ihres Kameraden. Im Krieg gibt es nur eine Gewissheit. Schon in einer Stunde, vielleicht auch in zwei, können Sie entweder noch am Leben oder tot sein. Wenn Sie nach der nächsten Stunde am Leben sein wollen, hören Sie gut zu. In der Umlaufbahn des Jupiters befindet sich ein Asteroidengürtel. Ihre Aufgabe ist es, sich zwischen den Trümmern zu verstecken. Das kann genauso schwierig sein wie ein Angriff. Das heißt, Sie müssen sich auf die Bewegung der Asteroiden einstellen können. So werden Sie nicht gesehen und Sie sind im Radarschatten. Wenn der Feind dort vorbeifliegt, wie wir erwarten, greifen Sie überraschend an. Niemand verlangt von Ihnen, dass Sie auf einen Schlag alle zerstören. Sie haben nur die Aufgabe, Sie hinzuhalten. Unsere Schiffe bei Groombridge 34 haben kehrtgemacht und passieren in diesem Moment das Colley-Wurmloch. Wenn es uns gelingen sollte, den Feind aufzuhalten, dann kommt uns bald ein Verstärkungskommando von hinten zu Hilfe und aus Richtung Sonne. Dann bringen wir Ihnen etwas bei, was jeder Mensch weiß. Abgerechnet wird am Schluss. Okay. Ich bin hier, weil ich schon gegen Sie gekämpft habe. Sie greifen in Gruppen an. Achten Sie auf Position 6. Sie attackieren gewöhnlich von unten. Also den Bug gerade halten. Die Bremstriebwerke Ihrer Flugzeuge haben einen leichten Aufwärtsdrall. Zum Schluss noch eins. Angst zu haben ist keine Schande. Wir sehen uns in einer Stunde. Er ist ein Leicht. Wir sehen uns in einer Stunde. Das war's. Ich bin hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Fertig machen zum Ankommeln der Cockpits. Cockpit Ankommelung abgeschlossen. Fertig zum Start. Startsequenz einleiten. Da ist es. Gehen wir in Position. Ich komme runter. Minimaler Abstand. Zehn Prozent Schub. Rotfiel, du bist schon da dran. Achtung, neun Uhr. Saratoga, hier Blau 1. Wir sind soweit. Position Alpha eingenommen. Verstanden, Blau 1. Commodore, die feindlichen Schiffe haben ihren Kurs korrigiert. Der neue Kurs führt nicht am Astoriidenfeld vorbei. Saratoga? Ich habe hier den Eindruck, als... Verstanden, Blau 1. Erwarten Sie Anweisungen. Anweisungen? Die haben abgedreht. Halten Sie die Position. Können die wissen, dass wir da sind? Nein, dann würden Sie angreifen. Wir müssen Sie auf uns aufmerksam machen. Negativ. Halten Sie die Position. Warten Sie, bis Sie vorbei sind. Hey, Paul. Let's go. Einer der Piloten hat unsere Position verlassen. Ich köder Sie wieder her. Ich hänge mich dran und helfe ihm. Negativ, Blau 1. Wir bleiben auf Position. Warte, bis wir alle zusammenfliegen. Er lockt Sie her. Mischen wir den Laden ein bisschen auf. Okay, scheint es, als haben Sie angemessen. Nähere meine Position Alpha. Haltet euch bereit. Meine Steuerung blockiert. Sie haben ihn im Zielcomputer. Schalt das Steuerbordtriebwerk aus, du dämlicher Tank. Sie sind verdammt schnell. Oh, sechs, passen Sie auf. Ja, genau. Der hat gesessen. Blau 4. Pass auf, du hast drei von Ihnen im Nacken. Ich werde Sie nicht los. Hier ist los. Eins, ihr müsst sie ablenken. Sind schon dabei. Ich verliere Schuh. Ich habe Sie wieder am Hals. Ich werde Sie nicht los. Hoch, zieh ihn runter. Ich komme direkt auf dich zu. Nicht so schnell. Manson, du hast noch einen hinter dir. Träg sie ihn aus. Er ist zu schnell. West, ich kann sie nicht erreichen. Sie ist in meiner Schusslinie. Wenn ich schieße, treffe ich sie vielleicht. Hey, West, das war ein absoluter Volltreffer. Ich habe nicht geschossen. Wer war es dann? Wer war es dann? Sir, unsere Verstärkungseinheiten sind eingetroffen. Die feindlichen Streitkräfte haben empfindliche Verluste. Ja. CSR Autoga. Geringe Verluste. Feind befindet sich im Rückzug. Fliegt sie zurück zum Schiff. Mission erfüllt. Ja. Dem tapferen Einsatz des 58. Marine Corps Geschwaders haben wir es zu verdanken, dass viele Völker der Erde erleichtert aufatmen können. Und heute Abend nehmen wir diese Feier zum Anlass, Ihren Mut zu würdigen. Ich glaube, selbst der große Staatsmann des 20. Jahrhunderts, Winston Churchill, wäre der gleichen Ansicht. Niemals in der Geschichte des Krieges schuldeten so viele Menschen, so wenigen, so viel Dank. Wir auf der Erde sind überaus stolz auf Sie und möchten Ihnen danken. Feiern Sie also. Wenn ich auch fürchte, dass sich der Sturm nur vorübergehend gelegt hat. Die Wolken kehren wieder zurück und der Donner wird bald wieder zu hören sein. Danke. Hey. Hey, Hawks, wie wär's mit einem Toast? Ein Toast! Ich gratuliere Ihnen. Sir, ich... Ihre Ansprache neulich hat uns das Leben gerettet. Lassen Sie's gut sein. Sie werden noch genug Gelegenheit haben, mir zu danken. Ich bin gerade zu Ihrem Geschwaderkommandanten ernannt worden. Und wenn Sie sich unter meinem Befehl jemals so ein Ding leisten sollten, tragen Sie Ihr Metall als Handschellen und nicht auf der Brust. Wenigstens hat er nicht geschrien. Trinken wir auf Packs. Und darauf, dass wir noch eine Stunde am Leben sein durften. Cheers, auf Packs. Ja, auf Packs. Währenddessen werden neue Sterne geboren. Andere Galaxien, ältere, größere, existieren weiter. Das Sonnensystem vergeht so schnell, wie es entstanden ist. Aber wenn es sein muss, meinetwegen, wenn ich so lange warten muss, einverstanden. Denn wenn ich so darüber nachdenke, gibt es nichts, was ich mir mehr wünsche, als jenen Tag zu erleben, an dem die Sonne verlöscht. Mit dir an meiner Seite. Dann sitzen wir irgendwo, allein, auf einem dunklen Gipfel aus Eis. Und die Sterne über uns. Und überall um uns herum. scheinen so hell wie noch nie, während wir ganz langsam in den Weltraum treiben. und die Sterne über uns herum. Und wir werden so lange warten. Und wir werden so lange warten. Ich komme dann nach den Sommer in die Richtung. Und wir werden so lange warten. Und wir werden so lange warten. Wir werden so lange warten. Aber ich habe mich zu erleben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017